Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer bei Patreon und State. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen. Wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, was ich heute alles eingefunden habe. Hallo, bist du noch da, Oliver? Ich bin jetzt gerade erst da, auch so ähnlich wie du. Ich bin nämlich irgendwie, ich habe den Fehler gemacht und hatte irgendwie heute mal mir so ein Feierabendbier gegönnt und das hat mich gleich ausgenockt und ich bin auch erst in einer Viertelstunde wieder wach. Ah ja, kenne ich. Ja, und dann hatte ich hier geguckt, ja, es ist keiner da, aber dann dachte ich mir, so ein Eidel, ich halte ein bisschen rum. Ja, sehr schön. Ich schaue mal eben, ob die schon Shownotes vorbereitet haben, die Leute. Und ich werde hier mal eben das Fenster zumachen, sonst vergesse ich das nämlich auch gleich. Moment, wieder da. Ach man, ich hasse Fonts. Ich wünschte, man könnte einfach Fonts ausstellen bei Google Docs. Oder auch Fontgrößen. Alles in einer Größe, einfach nur normaler Text. Egal. Ja, und hast du was Tolles gespielt? Ja, ich habe jetzt, ich muss mal gerade selber gucken, ich habe zwar schon so das ein oder andere gespielt, tatsächlich. Ich bin hier gerade nur so ein bisschen irritiert, weil mein Galaxy mich hier irgendwie so, das alles völlig durcheinander gewirbelt hat, was ich gemacht habe. Ja, ich habe halt meine zwei üblichen Verdächtigen zwar gespielt, ich habe mich allerdings wieder ein bisschen mehr mit Persona 5 beschäftigt zwischenzeitlich und habe ansonsten auch, weil ich die Woche davor eigentlich was Pause gemacht habe, bei Metroid Prime Remastered weitergespielt. Ich bin jetzt quasi angekommen beim drittletzten Boss. Also wie man merkt, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen und mich sehr gemütlich durch die Welt bewegt, was so die Exploration angeht zumindest. Also ich habe mir sehr viel Zeit gelassen mit dem Spiel. Ja, und dann hat mich doch irgendwie ein Trailer getriggert hier so. Da habe ich zwar jetzt noch nicht das Spiel wirklich angefangen, weil es das noch nicht gibt, aber mich hat ernsthaft der neue Zelda-Trailer richtig getriggert. Und zwar massiv. Ich habe mir den über 30 Mal inzwischen angeguckt. Ist das der, wo er sich so einen Floß baut mit verschiedenen Propellern oder noch was Neues? Nein, es gibt einen neueren. Es ist der letzte Trailer vor Release. Und ich glaube, am meisten habe ich ihn mir angeguckt, weil sie einen Remix gemacht haben von diversen Trailer, von diversen Zelda-Themen aus diversen Spielen, die sie wohl alle in irgendeiner Form im neuen Titel unterbringen. Und der ist so geil. Ich muss mal rausgucken, ob ich den finde. Und ich überlege tatsächlich gerade, ob ich mein Geburtstagsspiel nicht umwechsel von Jedi Survivors auf Tears of the Kingdom. Herrlich. Warte mal, wo haben wir den? Nee, ich will nicht Nintendo.de, ich will Nintendo.com. Ist zwar egal, obwohl ich nehme Nintendo.de für die Shownotes, ist es gleich besser, wenn das die deutsche Sprachausgabe ist. Die ist eh nicht gleich gut wie die englische, muss man gestehen. Und das Spiel kommt vor allen Dingen exakt an meinem Geburtstag raus. Und wenn man sich den Trailer anguckt, dann weiß man, wann ich Geburtstag habe. Ist im Chat drin, der Link. Der Trailer ist übrigens auch ein sehr gutes Beispiel, wie schnell einen die Erinnerung trügen kann. Weil wenn man das erst mal sieht, dann denkt man, dass nicht nur der Grafikstil, sondern die Technik irgendwie bei Breath of the Wild stehen geblieben ist. Das meint man aber auch nur, solange man die Dinger nicht nebeneinander hält. Sehr luftig. Also fliegt hier durch die Luft, sieht auch aus. Wesentlich höhere Sichtweite als im Vorgänger. Ah ja. Und was halt auch auffällt, ist, zumindest bei der jetzigen Art, wie sie es einem verkaufen, dass wesentlich storylastiger das Teil war. Also es ist mehr Fokus wieder auf die Story, was mir gefällt. Sie deuten Dungeons wieder an. Und das ist zwar jetzt nicht in diesem Trailer, aber das war vorher schon, weswegen mich das Spiel ein bisschen mehr interessiert. Weil die Mechanik, die mich ja eigentlich am Ende bei Breath of the Wild abgebracht hat, das ist so dieser Waffenverschleiß, der wird dieses Mal entschärft durch so eine Kopplungsmechanik, die man hat. Man kann bestimmte Gegenstände, Items und sonst irgendwie koppeln. Es gibt eben auch mehrere Beispiele im Trailer, was da ist. Und das bezieht sich wohl auch auf die Waffen. Und das erhöht wohl die Stabilität der Waffen massiv. Das heißt, die haben das mit einer Art Crafting-Mechanik verbunden. Ja, das hatte ich auch schon gesehen im vorigen Trailer. Oder in so einem Interview wurde das erzählt, dass man sich da so Waffen zusammenstecken kann. Ja, und für mich ist halt das Gewichtige halt gewesen, weil ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich meckere da zwar regelmäßig drüber, dass mich das wirklich so genervt hat mit dem Waffenverschleiß. Aber ich habe das Ding auf der Wii U schon sehr viel gezockt. Und auf der Switch habe ich geschaut, hatte ich auch schon über 40 Stunden auf der Uhr. Also es ist jetzt nicht so, dass ich es wenig gespielt habe. Nur irgendwann hat es mich so gestört, weil ich halt in Kämpfen, ich kann mich nicht so schlecht auf mehrere Dinge konzentrieren. Und mich nervt das halt, wenn ich dann plötzlich anfangen muss und muss mir halt mein Inventar managen, so mitten im Kampf. Ja, ich war da raus, wo man sich dann immer so Äpfel kochen musste und so. Das war mir zu blöd. Nee, da bin ich ja für. Also man braucht es ja nicht unbedingt, weil du kannst ja auch Kram kaufen und so. Aber für mich ist das halt, aber das liebe ich auch in Spielen, wenn die mir irgendwie so zwischenzeitlich so ein zwischendrin, so eine nicht anspruchsvolle Routinearbeit nur so rumtüfteln lassen. Das ist genauso. Deswegen habe ich auch über 100 Stunden in Fallout 4 an irgendwelchen Siedlungen rumgebastelt oder in anderen Spielen dann irgendwie so fange ich dann an, auch irgendwie mir so Dinge umzubauen. Oder in Subnautica, dass ich auf einmal so anfange, die Inneneinrichtung effizient zusammenzuschrauben und solchen Kram. Also ich bin für sowas sehr empfänglich, weil das mir immer so innerhalb der ganzen Action so eine Ruhealternative bietet, wo ich einfach nur abschalten kann. Also das Besondere ist ja auch diese, was sie jetzt noch weiter in den Vorderpunkt stellen, ist halt dieses Crafting. Nicht nur Crafting, sondern überhaupt, dass da so viel Physik ist im Spiel, sodass man also bestimmte Teile halt Schub haben. Andere können, was weiß ich, Magnetismus und so, newtonsche Kräfte und alles kann man beeinflussen. Das fand ich schon irre. Also das ist ja eigentlich auch sehr selten bei solchen Spielen. Also wo gibt's denn das sonst bitte? Das ist wirklich fast einzigartig. Ja, und was ich aber trotzdem hab, ist halt dieser Eindruck, dass sie hier so diese Person, dieses Typische, was eigentlich ältere Zeldas ausmachen, hier wieder so ein bisschen mehr aufleben lassen. Also der ganze Trailer, der hat so zwischenzeitlich, würde ich sagen, so ein bisschen Twilight Princess Vibes. Warum meinst du? Wegen dem Grafikstil oder also wegen dieser ... Wegen den Charakteren und wegen der Lokalitäten und teilweise auch wegen Lichtstimmung. Du hast hier zwar nicht so dieses mit dieser Wand und mit sonst wie, aber so allgemein, wie die Figuren alle inszeniert werden und was halt eine Sache, ja, das Breath of the Wild sehr bestimmt hat, das war tatsächlich diese sehr weitläufige, unbelebte Steppe. Ja, die Einsamkeit sozusagen war ein großer Teil davon, ja. Ja, es war halt eine riesige Welt, aber Siedlungen waren halt sehr wenig. Es war noch nie viel Siedlungen in den Zelda-Teilen, aber die Welten waren auch viel kleiner vorher. Ja, und hier scheint man so ein bisschen zumindest an bestimmten Stellen des Spiels doch wesentlich mehr lebend stattfinden zu lassen. Ja. Ist natürlich schwierig zu beurteilen, weil wir haben nur einen komprimierten Trailer im Moment, nur halt bei dem Vorgänge-Trailer, und das war ja auch schon so ein Spektakel, war das lange nicht so. Der hat vorher schon wesentlich mehr dem entsprochen, wie das Spiel auch wurde. Also dieser Trailer zeigt sehr viele Charaktere und Personen irgendwie, das stimmt. Also es fühlt sich alles viel belebter an, die Welt jetzt nach dem Trailer zu urteilen. Und hat einen fantastischen Soundtrack. Ich glaube, das macht auch schon einiges aus, wenn sie das wirklich wagen. Wieder mehr unterschiedliche Melodien und nicht nur hier so diese dezente Steppenmusik im Hintergrund, wenn man durch die Gräser durchhuscht. Mal gucken. Ja, ziemlich bombastisch. Nee, aber das war zum Beispiel auch, also dieser Trailer war auch ein Grund, dass ich auch wieder in Breath of the Wild so ein bisschen reingeschnuppert habe, nach längerer Zeit. Aber damit werde ich mich nicht allzu sehr befassen, weil irgendwann kommt der Punkt, wenn ich kämpfen muss und mich wieder diese Waffen nerven. Ja, das Kämpfen hat mir in Breath of the Wild auch nicht so gefallen. Also mir hat's vom Gameplay halt nicht so gefallen. Das mit den Waffen war mir eher egal, aber irgendwas an dem Gameplay. Mir fehlte irgendwie dieses, ich weiß nicht, ob ich das noch nicht raffe, dieses Einlocken auf einen Gegner oder so, das geht noch, ne? Oder nicht? Ich weiß nicht mehr genau, weil bei den Alten konnte man sich mal so schnell einlocken. Es war ein bisschen anders, meine ich, aber ich, also ich hatte jetzt nicht unbedingt so die Kämpfe, aber bestimmte Sachen haben eigentlich ziemlich gut funktioniert, wie Bogenschießen und so. Hatte ich nie Probleme mit. Das andere, was, glaube ich, bei mir gerade der Fall ist, ist, dass ich noch so am Anfang bin. Also ich bin ja gerade erst von diesem Plateau praktisch runter. Das Plateau ist ja eher so ein Tutorial. Und ich hab halt nur noch so, nur so wenige Herzcontainer. Und dann ist Zelda immer sehr schwer am Anfang, wenn man nur so drei Herzcontainer hat oder so. Und später wird das dann ja immer leichter, wenn man immer mehr Herzcontainer dazu bekommt. Und ich bin gerade in so einer Phase noch, wo ich im Kampf immer sofort sterbe. So, weiß ich, die treffen mich zweimal und ich bin praktisch gleich tot. Gut. Allerdings lässt jetzt Zelda wirklich viel Möglichkeiten auch Kämpfe, wenn du schwach bist, zu vermeiden durch diese komplette Erreichbarkeit der ganzen Wände und so. Und du bist ja eigentlich am Anfang ja nur dadurch beschränkt, weil du zu wenig Ausdauer hast. Und um das aufzubauen, ohne zu viel kämpfen zu müssen, hast du alternativ ja auch die Schreine. Ja. Die erstmal dich dazu bringen, einmal die Karte weiträumig zu erkunden. Weiträumig ist ein großes Wort für den Anfang bei Breath of the Wild, weil die Welt ist gigantisch. Aber man hat wirklich schon von Anfang an relativ viele Möglichkeiten, das zu tun. Und du kannst halt auch mit Denk-, mit Physikrätseln halt zum Beispiel deine Erfahrung erstmal ein bisschen nach oben pushen. Ja, ja. Da hab ich auch schon ein paar von gemacht. Die sind auch wirklich gut und kreativ irgendwie, die Dinger. Und auch sehr klein. Also man kann das immer so in Häppchen sozusagen machen. Ja. Ja, schlecht ist es alles nicht. Also, das ist schon cool. Ich hab's ja auch als Original. Das war ja eins der Spiele, die wir uns damals zur Switch gleich dazu gekauft haben. Ich glaub, wir haben uns die Switch gekauft, Breath of the Wild und Mario Kart 8. Das waren so die zwei Spiele dazu. Ich hab's zweimal. Ich hab's für die Wii U und ich hab's für die Switch. Für die Switch hab ich's mir erst recht spät gekauft. Ähm, ich hab's hauptsächlich halt auf der Wii U gespielt. Weil's einfach cool war, dass die Wii U so ein Ding noch hinkriegt. Ja, es sind ja auch nur minimale Änderungen. Ich glaube, ganz, das Gras ist etwas weniger oder so auf der Wii U, aber nur minimal. Die Auflösung heißt es hauptsächlich auf der Switch. Also das Spiel ist auf der Switch höher aufgelöst. Ja, und im Dock-Modus schaltet es ja sogar auf 1080p um dann, glaub ich, auf der Switch, ja. Wobei es auch dynamisch die Auflösung manchmal ändert. Ich glaub, das hat auch diese Dynamik drin, die ja bei der Switch oft verwendet wird. Und um im Spiel bei schnellen Szenen dann einfach die Auflösung etwas runterzuschalten, damit die Framerate halbwegs stabil bleibt. Das funktioniert aber auch super und sieht man eigentlich auch fast gar nicht. Also bei dem Spiel ist mir das noch nie störend aufgefallen. Mir auch nicht. Aber auch allgemein, was jetzt hier den Nachfolger im Trailer angeht, das sind ja wirklich Gameplay-Szenen. Das sieht schon beeindruckend aus für eine Konsole, der man eigentlich nix zutraut. Und das, ich bin jedes Mal, also es gibt, also Open-World-Spiele, das muss ich ganz deutlich sagen, also es gibt mich nichts, was mich so sehr beeindruckt auf der Switch wie Open-World-Spiele. Weil mir ist irgendwie schon klar, dass auch wenn es das Spiel ist, was so am meisten wohl macht hier das Metroid Prime Remaster, was die Konsole so rein technisch schafft, so als Art Benchmark, aber mich beeindruckt nicht so sehr wie die Open-World-Spiele auf der Switch. Weil das so etwas ist, so von wegen, das geht mir nicht in den Kopf, wie kriegt man diese Größe da rein in diese begrenzte Hardware. Und dass die dann auch noch so aussieht. Ja. Na, es ist ja auch, glaube ich, 14 Gigabyte groß oder so. Es ist relativ groß, das Breath of the Wild, verglichen mit den meisten Switch-Spielen. Und es hat natürlich, glaube ich, auch die eigen von Nintendo entwickelte Engine irgendwie, die da natürlich auch optimiert ist. Ja, das ist ja der eine Teil, das ist ja der eine Teil, was du auf der SD-Karte hast. Der andere Teil ist das, was die Konsole selbst bewältigen muss quasi, was nicht da auf der Platte ist, sondern was die halt verarbeiten muss. Und dass die das überhaupt so hinkriegt. Ja. Ich meine, sie haben natürlich auch einen Stil verwendet, dieses Cell-Shading, was so ein ganz bisschen so mich immer so an Wind Waker auch erinnert. Mit diesen Schatten auf diesen Objekten und so, ne? Mit diesem, was so aussieht wie ein Zeichentrickfilm, der sich wahrscheinlich auch rechnet dann von der Rechenzeit. Weil man halt weniger Lichteffekte und so berechnen muss. Ja, natürlich. Entweder Schatten oder Hell sozusagen. Das schon, natürlich. Das ist eigentlich immer so, dass sie dann, man merkt teilweise, wenn man hinguckt, wo sie wahrscheinlich Kompromisse wirklich so haben, nutzen können, dass es keiner sieht, weil sie da keine Rolle spielen. Aber wenn ich mir schon alleine diese Eingangssequenz angucke, wo man diese vielen Inseln sieht, so erstmal die Sichtweite, die da ist und dann diese volumetrisch wirkenden Wolken. Das ist mir auch gleich aufgefallen. Und dadurch schimmert dann irgendwie noch das Wasser vom Untergrund. How? Wie geht das auf der Switch? Kann ich, war für mich gerade auch sehr beeindruckend, wie diese Wolken aussehen. Da denkt man auch, das kann doch nicht Switch sein. Ja, ist schon wirklich beeindruckend. Sie machen natürlich, also ich kannte, bei Breath of the Wild ist es mir aufgefallen, dass sie extrem aggressives Level of Detail machen. Also, dass die Objekte sofort runterschalten auf niedrigpolygonisch, sobald sie etwas weiter weg sind. Das sieht man dann auch nur, wenn man genau hinguckt irgendwie. Im Trailer sehe ich es jetzt hier auch gar nicht, aber bei Breath of the Wild, da gibt es ja manchmal diese Totenschädelhöhlen mit diesen Gegnern da drin und so. Da sieht man das, wenn man ganz genau hinguckt, dass dieser Totenschädel dann auf so ein ganz simples Modell umschaltet, sobald er etwas weiter weg ist von der Kamera und so. Ja, wo man sicherlich auch merkt, wo sie sich das einsparen. Die haben ja teilweise sich sehr viel Mühe gegeben, dass das Gras auch wirkt wie Gras mit ganz, ganz vielen einzelnen Grashalmen. Und wenn man hinschaut, sie benutzen da halt irgendwie nicht so wirklich Schatten. Das sieht aus, als hätten sie da manchmal einfach die Textur geändert, damit das aussieht, als ob das Gras Schatten hat. Aber an sich ist da nichts. Dafür halt ganz, ganz viele kleine Polygonchen. Ja, das finde ich auch total erstaunlich. Das ist mir damals auch bei diesem Star Fox Adventures Spiel auf dem Gamecube aufgefallen. Die hatten so ein unglaublich gutes Fell und Gras in dem Spiel. Und das war alles total getrickst. Das waren einfach nur so zwei Texturen, die so etwas verschoben waren und so transparent und dann gegeneinander verschoben wurden, dass es aussah wie total cooles Fell und Gras. Aber eigentlich war es total getrickst halt. Aber es sah echt gut aus. Man hatte das Gefühl, man konnte richtig so das Gras sich bewegen sehen im Untergrund. Aber es waren nur so zwei Ebenen praktisch irgendwie. Ja. Bei Zelda merkt man es natürlich auch, bei Breath of the Wild zumindest, wenn das Gras, das sieht nah an der Kamera total detailliert raus. Und dann wird es aber auch ganz schnell runtergeschaltet, ne, auf andere, auf weniger Details, etwas weiter weg. Aber ist ja auch okay. Nur dadurch, dass du das dann hast, dass das Gras beispielsweise nicht wirklich schattiert ist, fällt das so gut wie gar nicht auf. Ja, genau. Und irgendwie haben sie es halt auch hinbekommen, wie schon bei Windbaker, wirklich ein schönes Cell-Shading zu machen. Weil es gibt auch wirklich, finde ich, in Spielen hässliches Cell-Shading. Wenn das halt nicht richtig fein getunt ist, so, ne, sondern einfach nur so flach, sieht das auch oft schlecht aus. Aber hier sieht es wirklich irgendwie gut aus. Das wirkt wie ein Zeichentrick. Ja, gerade der Schattenwurf, wie der berechnet wird und so. Und auch die Farben, dass die Farben zueinander auch stimmen, diese Pastellfarben und so. Das ist wirklich eine Kunst. So ähnlich wie bei diesem Ni no Kuni-Spiel. Da ist das auch so super gelöst. Ja, das ist auch ... Ni no Kuni fand ich auch immer sehr beeindruckend, weil, ähm, obwohl inzwischen sehe ich das. Das ist auch selbst da ein Beispiel, wo man in leichter Form merkt, wie die Grafik altert, selbst in dem Stil. Weil als Ni no Kuni damals erschien, für PS3 war es mal eigentlich, ähm, ich hab in Videos teilweise nicht erkennen können, was ist jetzt nun irgendwie vorgearbeitete Zwischensequenz und was ist Ingame-Grafik. Weil das so gut miteinander verschmolz. Aber das sieht man inzwischen schon irgendwo. Man entwickelt da, glaub ich, mit der Zeit einen Blick für. Das ist auch ein komplettes Thema für sich, weil den Schmerz, den sich Entwickler verursachen, wenn sie Zwischensequenzen vorrendern, ne? Und weil, also, sagen wir mal so, wenn die Zwischensequenzen in der 3D-Engine selber erzählt werden, dann bei, wenn dann zum Beispiel die Auflösung hochgestellt wird oder die, ähm, ein Remaster gemacht wird, dann ist das ja logisch, dass das dann auch alles besser aussieht. Aber wenn du das vorrenderst, dann ist es natürlich ein Riesenproblem, später einen Remaster in höherer Auflösung oder so zu veröffentlichen, weil dann musst du hingehen und diese Videosequenzen irgendwie besser machen. Und die sind aber vorgerendert. Das ist natürlich ein totaler Krampf. Ja. Dann kann's dir passieren, dass mit einmal dann in der, in der Remaster-Vision sozusagen die Zwischensequenzen schlechter aussehen als das Spiel. So, das ist, äh, aber ich find das auch immer ganz witzig, weil manchmal gibt es auch Spiele, die, ich weiß nicht, welche das, ich will fast sagen, dass Resident Evil 4 das auch gemacht hat, damals auf dem Gamecube, aber ich weiß es nicht genau. Es gibt Spiele, die haben Zwischensequenzen gerendert, aber in der gleichen Optik wie die Engine, aber sie waren trotzdem dann gerendert als Filme so. Die Resident Evil 4 war's, mein ich nicht. Ich kann mich noch dran erinnern, weil bei Resident Evil 4, ähm, hat er mich, äh, bei den ersten HD-Remaster, das hatte ich für die Xbox 360, immer gestört, dass, äh, wie die, dass sie im Prinzip die Polygone, ähm, die überall eigentlich relativ grob waren, schon aufgrund der Zeit, und, ähm, irgendwie nur die Texturen höher aufgelöst haben. Das wirkte dadurch völlig komisch. Und das war überall so. Das war auch in den Zwischensequenzen. Ja, aber 4-Effekt ist zum Beispiel so ein Spiel auf der PS1, da wurden halt Zwischensequenzen gerendert, in der gleichen Cell-Shading-Optik wie das Spiel, und das kann man natürlich machen, aber es ist schon komisch dann, weil es hat dann schon irgendwie so einen komischen Effekt, weil du siehst dann mit einmal Sachen, die sehen aus, als wär's die Spiele-Engine, aber dann halt mit MPEG-Kompressions-Artefakten und allem drum und dran. Das ist schon immer etwas merkwürdig. Hallo übrigens. Hallo Manfred. Hallo Manfred. Späte Runde. Wir sollten vielleicht die Zeiten anpassen beim Audio-Stammtisch. Arne und ich waren beide auch so quasi zum Mitternachtssnack hier. Ich hab nur meine Küche sauber gemacht. Wow. Und dann vor dem Mittag noch haben wir gedacht, ich das nicht mache, haben wir gedacht, ich gehe nicht zum Stammtisch, weil ich wollte meine eigenen Faulheit vorbeugen. Das klingt gerade so ein bisschen widersprüchlich, wenn du rund um kurz vor Mitternacht noch die Küche sauber machst. Oh, das kann mir immer passieren. Das ist ganz spontan. Ich bin ein Nachtmensch. Wir können uns ja auch abwechseln, was wir gespielt haben, weil dann sag ich jetzt nämlich mal eins. Und zwar, und dann können wir ja wieder zurück zu Oliver und dann Manfred. Also ich hab zum Beispiel jetzt als Haupterrungenschaft in der letzten Woche Eternal Castle durchgespielt auf der Switch. Das CGA-Spiel war das, ne? Genau, das ist ein CGA-Spiel, hab ich, glaub ich, letztes Mal schon von geredet, ne? Das ist ein Spiel mit CGA-Optik, aber Flashback-artigem Gameplay, also ein cinematischer Plattformer. Und es hat mich wirklich umgehauen. Also ich hatte's dann halt auf der Switch und hatte das vor ein paar Wochen schon mal angefangen, aber nicht weitergespielt. Und ja, was ist es? Also es ist halt voll wie Flashback of the Another World. Nur es hat CGA-Grafik, grobpixelig. Du kommst irgendwie mit deinem Raumschiff machst du so eine Crash-Landung auf einem fremden Planeten und musst dann dein Raumschiff reparieren. Und du gehst dann halt von dem Raumschiff weg und dann gibt es halt auf so einer Karte, du hast sozusagen irgendeine Fähigkeit, dass du sehen kannst, wo die Teile deines Raumschiffes sind. Und dann hast du halt so eine Karte und da wird angezeigt, okay, das erste Teil vom Raumschiff ist hier, das nächste Teil vom Raumschiff ist dort. Und dann geht man halt einfach sozusagen mehr oder weniger linear durch dieses Spiel. Und jedes dieser Teile des Raumschiffes, das sind so vier Teile, das entspricht praktisch einer Welt sozusagen oder eines großen, umfangreichen Levels. Und was ist daran so toll? Dadurch, dass das CGA-Grafik hat, hat es halt nur vier Farben und im Grunde ist der Vordergrund eigentlich immer ein schwarzer Schattenriss und auch deine eigene Person ist eigentlich nur schwarz vor einem Cyan- oder Magenta-farbenen Hintergrund. Aber was die alles machen mit dieser Optik und was die auch alles für Ideen einbauen, ist wirklich grandios. Also du bist dann in so einer Cyberpunk-artigen Stadt, du kommst in so Ruinen von alten Städten und Tempeln von alten Zivilisationen oder so. Also du kommst in einen Sumpf mit einer Kirche mit so Zombie-Monstern und alles. Es ist also sehr abwechslungsreich, aber alles immer nur in diesen vier Farben. Und die Animationen sind natürlich dann auch total toll, wenn du irgendwie kämpfst mit den Gegnern, dann kannst du richtig boxen und schlagen und zertrümmerst alles, dass alles richtig so krass kaputt geht. Auch so Tische im Hintergrund oder irgendwelche Stühle. Und du hast dann auch Schusswaffen, die dann auch so richtig mit Kavumms da irgendwie so irgendwie du dann ballern kannst. Gibt übrigens auch eine Welt, die dritte oder vierte, da bist du in so einer Art Kriegsszenario. Also da gehst du so einen Pfad lang und mit einmal sind da so ganz viele Soldaten, die sich immer beschießen. Und du wirst dann Teil so eines Krieges mit so Rebellen, die gegen so eine Armee kämpfen. Alles von der Seite halt, so Another World mäßig. Und es hat mich ... Ach ja, und je weiter man kommt, desto mehr passieren dann so Sachen, dass zum Beispiel der ganze Hintergrund eine Art Cutscene wird. Also der ganze Hintergrund fängt an, animiert zu werden. Und dann kommt da so ein Endgegner dann so aus dem Hintergrund, schält sich raus und dann musst du gegen den Endgegner dann kämpfen. Und dadurch, dass das alles nur vier Farben sind, ist es natürlich erstens ziemlich performant und zweitens sehr interessant künstlerisch, weil durch flüssige Animationen und Hintergründe, die sich sehr viel bewegen und so, wird das schon so gemacht, dass man immer schon ungefähr erkennt, was da eigentlich ist. Also ich kann ein Beispiel nennen, gleich am Anfang ist man so auf so einem Autoschrotthof oder so und läuft da so von links nach rechts und dann ist da so ein Objekt, das sieht erst mal aus wie nur so ein schwarzer Pixelklumpatsch. Aber dann bewegt er sich und wird animiert und dann sieht man durch die Bewegung, dass das ein Auto ist, was da so an so einem Magnetkran hängt und was wahrscheinlich gleich runterfallen wird, weil es schon so anfängt so ein bisschen zu wackeln. Und wenn man da nicht aufpasst, fällt es halt auf einen drauf und zerquetscht ein. Und von einem Screenshot könnte man fast nie erkennen, dass das ein Auto ist. Aber in Bewegung, obwohl es nur so ein schwarzer Pixelklumpatsch ist, kann man das dann doch irgendwie durch die Animationen dann erkennen, was es eigentlich ist. Also es wird halt, dieser Stil wird wirklich sehr gut eingesetzt, finde ich. Es hat halt wirklich einen Stil. Später kommen dann auch noch ein paar Apple-2-Farben hinzu. Und was auch der Wahnsinn ist, diese Apple-2-Farben, dieser Wechsel von CGA zu Apple-2-Farben wird auch im Gameplay benutzt. Weil das ist, da gibt es dann so eine Szene, da ändert sich immer die Steuerung. Die Steuerung wird spiegelverkehrt. Das will ich jetzt nicht, das ist ja eigentlich ein Spoiler. Ich will es jetzt nicht, warum jetzt nicht erklären. Aber es gibt da halt eine Situation, da ist es so, wenn du CGA-Farben siehst, also Cyan, Magenta, Schwarz, Weiß, dann ist die Steuerung normal. Und wenn du Apple-2-Farben siehst, das schaltet dann immer um, dann ist die Steuerung verkehrt rum. Und dadurch sieht man, oh, das Blau wurde Orange, das heißt, ich muss jetzt links drücken, um mich nach rechts zu bewegen. Und es wird halt immer krasser, je weiter man spielt. Welchen Sinn hat das? Hast du dann Drogen konsumiert? Es sind keine Drogen, aber es ist so eine Verwandlung, durch die man geht. Also man kann schon sagen, es ist so eine Bewusstseinsveränderung. Man verwandelt sich in ein Monster sozusagen. Und dieses Monster wird dann beeinflusst von so anderen Sachen, die im Hintergrund passieren. Also so viel will ich nur sagen. Also es ist schon sehr kreativ. Da passiert schon echt einiges. was einen so umhaut. Es hat mich auch total fasziniert, alles, was da so passiert. Und gegen Ende wird das immer glitschiger. Also es passieren dann richtig so Grafikfehler. Und ich dachte erst, mein Spiel ist abgestoßen. Aber es ist halt Teil des Spiels. Man ist dann in so einer Art, na, virtuelle Realität ist es nicht. Aber ja, es gibt dann so übernatürliche Phänomene, die so gegen Ende passieren. Und da glitscht dann auch immer alles, dass man so Pixelhaufen sieht, die so völlig falsch sind und so. Und manchmal werden einem auch so Träume gezeigt oder so Halluzinationen. Und es wird halt auch richtig damit gearbeitet, mit diesem Pixelgeglitsche. Und ich finde das immer total faszinierend, wenn sowas so benutzt wird. Und der Sound glitscht dann auch und wird dann nur noch so Störgeräusche, als wäre irgendwie alles abgestürzt. Aber es ist halt Teil des Spiels und so. Also, echt da Wahnsinn. Und übrigens, wenn man Eternal Castle bootet, wenn man das startet, dann kommt am Anfang auch so ein DOS-Bildschirm, richtig? Wo so dann sieht man so ein DOS-Terminal, so MS-DOS, wo dann halt so ein highmem.sys oder irgend so ein Kram gebootet wird. Und dann wird halt das Spiel geladen. Und mir ist jetzt aufgefallen, jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, sind diese DOS-Nachrichten, die am Anfang kommen, etwas anders. Also, ich bin total begeistert von Eternal Castle. Steuerung und alles ist so ähnlich wie Flashback. Nur viel schneller, viel mehr auf Kampf ausgelegt, aber auf schnellen Kampf. Also, Boxkampf, Treten und auch mit Waffen schießen. Geht alles so zack, 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 total schnell. Auch das Springen und Rennen ist irgendwie viel schneller als bei Flashback. Und es scrollt auch zum Teil sehr. Und die Level sind zum Teil riesig groß. Aber sie scrollen auch. Und es gibt ständig Speicherpunkte, wo man sich dann so hinsetzt, meditiert und so einen Stein aktiviert, der dann leuchtet. Und dann hat man halt wieder einen Zwischenspeicherpunkt gefunden. Also, total locker durchzuspielen, nicht zu schwer, nicht zu leicht. Viele versteckte Sachen. Man findet dann auch Erweiterungen, neuen Rucksack, dass man ... Nee, nicht einen neuen Rucksack. Man findet zum Beispiel neue Schuhe, dass man irgendwie besser treten kann. Ich denke mir jetzt irgendwas aus, aber so in der Art. Oder man findet ... Was findet man denn? Man findet verschiedene Gegenstände, die einen im Kampf schneller machen oder weiter springen lassen und so. Das ist auch mit drin. Und die kann man auch verpassen und es dann trotzdem durchspielen. Ich glaube, einen Gegenstand habe ich tatsächlich verpasst. Weil die sind meistens in so geheimen Räumen und sind nicht notwendig, aber machen das Spiel leichter. Es gibt auch einen ... Zum Beispiel einen Gegenstand, wo man dann mehr Munition hat mit Waffen und so. Also, es gibt auch so rudimentäre, ganz winzige Rollenspielelemente, auch ähnlich wie bei Flashback. Also, ich kann das echt nur empfehlen. Ich kann nur sagen, Oliver, probier's mal aus. Lass dich von der CGA-Grafik nicht abschrecken, weil das Spiel, das ist schon echt interessant. Das ist echt cool. Aber es sieht natürlich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten und dritten hässlich aus wie die Nacht. Aber es hat was. Also, zum Beispiel ... Also, ich hab jetzt kein Problem mit dem Stil. Also, ich find das auch ... Ich find sogar die Animationen, die erinnern mich von der Art, wie sie gemacht sind, wie eine Art Schattenriss-Variante von denen, wie sie in ... Wie hieß es hier von Eric Schahi? Heart of Darkness. Heart of Darkness. So ähnlich wirken die Animationen, find ich. Und das find ich schon sehr gut. Es ist auch stilsicher. Nur, ich weiß nicht so, mir klappen sich echt beim Betrachten der CGA-Palette die Fußnägel hoch. Ich hab ... Ich weiß. Das ist so eine Palette, die ... Ich hab mich mit der eine kurze Zeit mal auch künstlerisch auseinandergesetzt, sofern man davon reden kann bei diesen komischen Farben. Das ist so etwas so ... Ich werd seitdem damit nicht warm und ich find sie einfach hässlich. Und ich find übrigens auch Apple II-Farben hässlich. Ja, ja. Ja, es ist halt auch hässlich, so einfach, wie es aussieht. Es gibt natürlich keine Farbabstimmung. Aber ich find's so interessant, wie das eingesetzt wird. Und auch, vor allem auch mit vielen Animationen und auch so im Hintergrund, ja, dass sich da immer so mehrere Scroll-Ebenen bewegen und man dann mit einmal sieht, da ist so ein Berg. Weil man ... Es ist halt schwer zu erkennen aus Screenshots, weil du siehst halt wirklich nur Pixelhaufen. Aber in Bewegung wird es dann oft wirklich klar, was das eigentlich ist. Wobei ich auch zugeben muss, in manchen Räumen, in denen ich war, hab ich auch nicht gerafft, was das sein soll. Weil das sah aus wie Pixelmatsch und ich hab's nicht erkannt. Soll das jetzt ein Fenster sein? Soll es ein Wassertank sein? Ich wusste es dann zum Teil halt nicht. Aber die meiste Zeit ist es klar, weil du denkst dann so, ist das eine Maschine oder ein Fenster? Und dann passiert halt irgendwas in der Animation im Hintergrund, die dir dann klar macht, oh, das war jetzt die ganze Zeit ein Wassertank und jetzt läuft das Wasser eben aus ihm raus, weil es eben animiert ist. Und dadurch weiß man's dann. Oder, ach, das war ein Schreibtisch. Und jetzt in Bewegung seh ich's, weil da saß einer an dem Schreibtisch und steht jetzt auf. Und jetzt seh ich, dass das ein Schreibtisch war. Also, faszinierend. Und ich finde überhaupt so Schattenrissgrafiken immer total interessant. Es gab auch damals auf dem Amiga so ein Spiel, ich glaub, das hieß Blade Warrior. Das war so ein Spiel, wo das ganze Spiel nur schwarz-weiße Silhouetten waren. Also nur schwarze Silhouetten vor irgendeinem Hintergrund. Das hat mich so fasziniert. Das hat mich so fasziniert. Der Hintergrund war farbig, genau. Aber der Vordergrund war nur schwarz. Und das hat mich so fasziniert, aber ich hatte es nie. Ich hab's nur aus Zeitschriften gesehen. Und ich hab's auch dann mal irgendwann im Emulator gespielt und leider ist das Spiel Schrott. Aber diese Grafik find ich faszinierend. Mit dieser schattenrissartige Grafik. Es gab, glaub ich, auch mal so was für ein PC. Für Windows so. Hieß das irgendwie die Incredible Planet oder irgendwie so was? Nee. Irgend so ein komisches Indie-Spiel gab's mal. Mit so Schattenrissen auch. Aber egal. Das kann gut sein. Aber ich weiß nicht. Irgendwas mit Incredible Planet oder ... Also, wenn ich so ein Spielball so eine gewisse Schattenrissoptik hatte, das war dieses Zombie-Cinematik-Plattformer-Ding. Da Deadlight hieß das, mein ich. Das hatte so ... Ah, genau, ja, genau. ... auch so ein bisschen den Hang. Aber lang nicht so krass wie bei Eternal Castle. Weil da konnte man schon noch sehr ... Bei Deadlight konnte man wirklich sehr gut erkennen, was passiert. Und das hab ich auch abgefeiert und durchgespielt damals. Also, ich find's genial. Wirklich. Also, bei Eternal Dark ist, find ich's cool, weil sich das zum Teil wirklich gegen Ende dann echt in so einer Art totalen Glitchfest komplett selbst zerlegt in seine Einzelpixel. Und du denkst echt zum Teil, ist das jetzt ein Fehler oder ist das das Spiel? Aber es ist halt wirklich das Spiel. Leider war's sehr schnell vorbei. Also, das ist auch ein bisschen komisch, weil der erste Level ist wirklich gigantisch groß, der zweite auch riesig groß. Und dann gegen Ende wird's immer kürzer. Und das ist übrigens auch so was, was bei cinematischen Plattformen oft passiert. Dass man am Anfang so denkt, oh, das Spiel ist endlos lang und zack, zack, bumm, bumm, mit einmal ist es vorbei. Also, da sticht Flashback eigentlich auch raus, weil Flashback ist wirklich bis zum Ende extrem umfangreich in jeder Welt. Also, jede Welt ist riesig groß. Die meisten cinematischen Plattformen, die werden gegen Ende etwas so ungeduldig. Dann muss es immer dann ganz schnell mit einmal vorbei sein. Du denkst so, ach, jetzt hätt ich gerne noch ein paar Stunden auch weitergespielt, weil es hört dann immer so abrupt auf. Aber egal. Also, das war meins, was ich hauptsächlich gespielt habe. Ich glaube, das könnte ich noch nicht mal bestätigen, weil mir fällt gerade nicht ein, ob ich je einen Cinematik-Plattformer zu Ende gebracht habe. Ich weiß, dass ich Flashback sehr weit gespielt habe, aber ich hab's nie durchgespielt. Ich weiß, ich hab's damals durchgespielt, weil man bekam ja auch immer Passwörter und so. Aber es war doch schon lang. Also, auch die letzte Welt mit den Aliens, diese violette Welt, wo man da so in dieser schleibigen Alien-Welt ist, die war auch noch mal richtig lang irgendwie. Übrigens, ich finde auch, dass Immortal von dem Videostammtisch, wo ich leider gestern nicht dabei sein konnte, das ist für mich fast auch wie so ein cinematischer Plattformer, obwohl's natürlich eigentlich ein cinematisches Action-RPG ist. Aber es hat auch so diesen Reiz, dass man das Gefühl hat, jeder Level ist speziell designt, auf bestimmte Erfahrungen hin sozusagen individuell gestaltet. Das ist ja auch so ein Merkmal von diesen cinematischen Plattformen. Das ist bei Eternal Darkness auch total. Äh, Eternal Castle auch total. Du hast halt einen Level, der ist total auf das Kämpfen mit dem, mit der, mit den Schusswaffen designt und auf so eine ganz andere Erfahrung. Und dann ein Level ist total auf Grusel designt. Und da sind so Zombies und so eine komische Kirche und diese Stimmung. Also, jeder Level ist so eigentlich so gestaltet, dass es eine ganz bestimmte Erfahrung für den Spieler ist. Und das Gameplay selber ist gar nicht so im Mittelpunkt, sondern diese Erfahrung ist halt im Mittelpunkt im Design. Dass der Spieler halt eine bestimmte Erfahrung macht, eine bestimmte Atmosphäre, Stimmung und so erlebt. Ich find, das ist ein sehr loser Zusammenhang im Falle von Immortal. Weil ich sag mal, bestimmte Sachen, das kann ich mir schon vorstellen. Nur dafür ist mir das Spiel zu sehr auf Try and Error ausgelegt als Grunddesign-Idee. Ja, ich wollte gleich auch noch erzählen, weil ich hab das auch noch mal gespielt. Aber vielleicht kann ja Manfred oder... Manfred, hast du was gespielt? Wir können das ja vielleicht... Ich dachte jetzt gerade, er hat so eine Idee, dass wir das jetzt abwechselnd machen. Jeder immer so ein Spiel. Also ich hab die Woche, sagen wir mal wieder Resident Evil 1, hat ihrer Master gesorgt, Lösungsweg Chris und hab grad den Kampf hinter diesem Plan 42 hinter mich gebracht, genau. Das war mein letzter Speicherstand. Auf easy, weil auf normal war es mir fast schon zu schwer. Auf welchem System? Betsy. Naja, cool. Was ist denn der... Welches ist der leichtere Weg? Chris oder die Frau? Ich weiß es nicht mehr. Chill ist der leichtere Weg. Vor allem der hat acht Inventarplätze und Chris hat nur sechs Inventarplätze. Und man kann sich wirklich durch Gegenstände unglaublich, sag mal... Ja gut, nicht Stress, aber sag mal... Unglaublich, sag mal Zeitverdrucken, genau. Vor allem in der Organe, wir sind auf der PS1 damals. Also da belegte von diesen kleinen Schlüsseln für die Türen jeder einen Inventarplatz. Beim Remaster hingegen, da kann man diese kleinen Schlüssel, sag mal... Also die stecken da, also da spart man mehrere Plätze. Wahnsinn. Das wusste ich mir doch genau so nicht und dann hab ich mir einen Inventarplatz zugemacht. Das hatte ja, glaub ich, auch damals auch zwei CDs. Eine für Chris und eine für Jill oder so, ne? Das war wirklich so getrennt, diese zwei Wege. Nee, das war mein zweiter. Der erste hatte bloß eine CD, das weiß ich noch. Selbst der Rektor's Cut. Ach so. Ich hab den Rektor's Cut auch schon mal getestet gehabt und ja, ich gebe zu, das ist deutlich schwerer und ich war überrascht. Da gab es eine Sequenz mit Huntern, die durch Fenster sprangen und die kannte ich vorher nicht. Und es gibt bei Remaster diesen roten Hunter. Ich bin ihm letztens bei dem Zufall begegnet. Das war echt keine schöne Überraschung. Aber du meinst jetzt mit Remaster diesen neuen Remaster, ne? Genau. Mit ganz neuer Kamera und so. Oder meinst du diesen HD-Remaster von damals, den es auf dem Gamecube gab? Genau, den hat die Remaster von 2002 vom Gamecube, genau. Ach, diese Version. Ja, ja, okay. Und ich finde, die Atmosphäre ist so schön gemacht. Also die Räume, also die Architektur von dem Haus fasziniert mich nach wie vor. Also wirklich tolle Atmosphäre. Habe ich auch nie lange gespielt. Ich habe immer nur mal versucht, mich an der Grafik auf dem Gamecube zu ergötzen, aber habe das dann nicht wirklich ernsthaft gespielt. Die Grafik ist ja wirklich komplett neu und ich glaube auch einige andere Sachen sind auch anders, ne? Die Zwischensequenzen und was passiert. Also irgendwie ist es auch ein bisschen anders. Es gibt neue Räume und ein neuer Sub-Story-Plot. Also ich habe das damals durchgespielt, allerdings mit gecheatet. Ich hatte ein Action-Replay, wo man das irgendwie cheaten konnte, dass Gegner nur noch einen Schuss vertragen. Also ich habe das sehr genossen. Ich habe erzählt, wie ich mir damals bei der Original-Persona oder bei der ersten Persona PS1 bei mir habe, oder? Das war so, ich hatte das Spiel zuvor nie gespielt und hatte vorher es durchzuspielen und man hatte zum Schluss diesen Tyrant als Gegner. Und ich habe im Spiel so viel Monition verschwendet, dass ich wirklich beim Gegner im Endboss mit der Pistole da stand, mit 20 Schuss und dann hatte ich Game Over und das war's. Ich hatte mir einen ganz großen Fehler gemacht. Ich hatte dieses Fort Schult für die Plan 42 nicht zusammengemischt und wenn mir chill quasi so ging, die Pflanze ist einmal angetreten und habe wirklich Munition rausgehauen, was ging. Und das fehlte dann zum Schluss. Du meinst diese Pflanze, die man vergiften kann, ne? Genau. Ja, ja. Die haben ja bei dem HD-Remake da auch so Schatten hinzugefügt, ne? So realistischere Schatten, weil das Original hatte ja nur einfach so einen runden Schatten, der immer unter der Figur gezeichnet wurde, so ganz billig eigentlich. Und das Resident Evil 1 HD vom Gamecube, das hatte dann mit einmal richtigen Schattenwurf irgendwie oder so. Genau weiß ich's auch nicht mehr, aber hatte einfach bessere Lichteffekte, sagen wir's so. Ich hab das mal glatt geschafft, diese erste Begegnung mit der Schlange zu umgehen. Also ich hab mir den Postkampf erspart und gleich den Gegenstand mitgenommen. Also wenn man's schnell macht, dann ging das gegen diesen Schorn, gegen diese Riesenschlange, genau. Ja, herrlich. Oliver, hast du noch was gespielt? Ähm, ich schau gerade. Ich meine, ähm, ich hab, ja, ich hab so ein bisschen aber jetzt nicht großartig lange. Also ich hab nebenher zur Zeit noch Ace Attorney am Laufen mal wieder. Und, ähm, heute hatte ich zwischenzeitlich nochmal eine Runde reingelegt hier mit, ähm, Gears 5. Das hatte ich schon länger liegen lassen. Und, ähm, ja, so mit gewissen Pausen find ich das eigentlich sehr cool. Ähm, ein Spiel, was ich halt so retromäßig jetzt mir, ähm, zur Zeit erschließe, das ist Soleil. Das ist, ähm, ein Spiel auf dem Megadrive, was, ähm, eigentlich sogar zu den größeren Klassikern auf der Plattform zählt. Und ich hab das tatsächlich noch nie gespielt. Das, ähm, gilt so als der Zelda-Gegenentwurf auf dem Megadrive. Und zwar total. Also nicht hier so wie hier, ähm, bei Leutonstalker, wo die Leute sich das immer in den Haaren herbeiziehen, dass das ja so wäre wie bei Zelda. Sondern das Ding fühlt sich tatsächlich ähnlich an. Und sieht auch ähnlicher aus. Und es gefällt mir. Also ich, äh, das ist übrigens auch eins, was ich im Livestream spiele. Ja, ich hab auch mal kurz reingeguckt und fand's witzig, weil du hattest dich gerade, als ich geguckt habe, total verlaufen. Irgendwie muss ich jetzt hier hin? Nee, da war ich schon. Oh, die sprechen nicht mehr mit dir. Muss ich jetzt da hin? Ähm, ja, das ist auch noch, das ist so eine Sache so, da muss ich mich auch noch mal vorbereiten, weil das ist etwas, das wollte ich nicht im Stream zeigen, weil, ähm, ich muss einmal die Welt nochmal komplett abklappern. Weil, ähm, auf irgendeinem Irrweg, wo man ein übersehenes Detail oder irgend sowas oder einen ausgelassenen, getriggerten Dialog verpasst hat, so, äh, das möchte ich jetzt nicht irgendwie noch so eine Stunde oder zwei irgendwie, das ziehe ich vor. Das Spiel heißt komischerweise im Englisch, also in Amerika, die amerikanische Version, die heißt Crusader of Senti statt Soleil. Also Soleil ist irgendwie nur der europäische Name oder so. Ja, nee, und auch der japanische. Ah ja, aber nicht der amerikanische. In Japan heißt das Australail. Und, ähm, was halt auch interessant ist allerdings die Wiederveröffentlichung von dem Spiel, es gibt von dem nur eine, von der ich jetzt direkt weiß, das, ähm, ist die, die auf dem Megadrive Mini, äh, oder auf dem Genesis Mini 2 war, die haben da auch den US-Titel, ähm, halt draufgepackt, ich vermute wegen 60 FPS und so, und, und allgemeine Sprache. Ähm, und, ähm, es gab's wohl irgendwann auch mal auf Steam. Steam hatte eine Zeit lang so von Sega, ähm, auch so eine Classic-Sammlung, wo man sich die Spiele einzeln kaufen musste. Die haben's aber irgendwann aus dem Sortiment rausgenommen. Und, äh, da gab's das auch schon nochmal wieder. Und da war's, meine ich, auch Crusader of Senti. Und die US-Fassung kann man ja wohl nicht bezahlen, hab ich gehört, das Original. Aber es ist wirklich ein sehr schönes Spiel mit einem sehr schönen Grafikstil. Ähm, die Kämpfe fühlen sich ein bisschen ungenau an. Eine Sache, die geändert wurde, so, wenn man da, also, sie haben schon in bestimmten Stellen versucht, sich ein bisschen vom Original abzuheben. Und eins davon ist die Art, wie die Kämpfe durchgeführt werden, weil bei Soleil schwingt man wirklich das Schwert. Bei Zelda hab ich immer so den Eindruck, so, das ist so ein halbes Pieksen, was man da mit den Waffen tut. Und da ist es halt dieser Schwertsprung. Und, ähm, tatsächlich ist es so, wenn man sich am Anfang noch nicht dran gewöhnt hat, fühlt sich das ein kleines bisschen unpräziser an, weil man darf nie zu nah am Gegner stehen. Weil sonst, ähm, ich glaub nicht, dass das Absicht war, aber sonst wirkt das so, als ob, ähm, der Schlag dann verfehlt, wenn der, äh, wenn der Gegner schon Körpernäher hat. Ja, aber das ist dann auch, was ich gespielt hab. Also, wo es mehr ist nicht. Ich bin im Moment sonst immer noch hier halt mit, äh, meinem X-Party-Projekt, äh, zugange. Oh, ich seh grad, der Arne ist rausgeflogen. Ähm, noch ein kleiner Gag, ähm, ich hab mich letztes Mal bei dem Baraday-Remaster blamiert. Ich hab die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ähm, es gibt doch diese Szene, wo, äh, so, der Location wechselt, wo man die Kurbel zum ersten Mal einsetzen muss. Und ich wollte mit der Pistole Spaß umsetzen, ich hatte noch drei Schüsse in der Pistole. Und normal sind dann ungefähr so drei Hunde. Ja, im Remaster waren es vier. Ich wusste es nicht. Und schieß so, und dem Moment, wo die Waffe leer war, kamen alle vier Hunde auf mich zu. Dann kam ich nicht mehr weg. Dann war Brotzeit. Ungünstig. Ah, Arne ist wieder da. Ja, ich war kurz weg, sorry. Hallo. Ja, ich hab, also, zu Soleil eben noch was, weil mich erinnert das so ein ganz bisschen, ist wahrscheinlich auch ungerecht, aber es erinnert mich so ein bisschen an diese ganzen, es gab ja so verschiedene Zelda-Klone später auch für den Amiga so. Also, in den späten 90ern, wo der Amiga schon fast tot war. Und so ein bisschen hab ich immer das Gefühl bei Soleil, dass das auch so was ist. Also, da haben Leute versucht, Zelda nachzuarmen, aber ganz an die Klasse von Zelda kommst du dann doch nicht ran irgendwie. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Es ist, wobei ich finde schon, es hat so einen eigenen Charakter teilweise auch. Also, das, an einigen Stellen stimmt das schon. Ich glaub, das hast du eben nicht mitgekriegt, weil ich hier halt über das Kampfsystem, über die Kampfmechanik eben gesprochen hab, dass ich die so ein bisschen, dass die sich etwas ungenau anfühlt. Ähm, nur halt andersherum ist es so, dass die Welt und wie sie gemacht ist und alles. Es hat schon irgendwie so einen eigenen Charakter. Ja, auf dem Amiga, das, woran ich jetzt denke... Aber es ist ja offensichtlich. Ja, das, auf dem Amiga, das hieß Sparrow's Legacy irgendwie, das weiß ich noch damals. Oh, das ist wie Zelda nur auf dem Amiga und so. Aber irgendwas fehlte so ein bisschen. Also, zumindest wenn man es jetzt so mit A Link to the Past vergleicht. Es gibt ja auch dieses Golden Axe-RPG, was auch so ist wie Zelda. Ich glaube, fürs Master-System oder so. Das gilt auch als sehr gut, aber alle sagen immer... Golden Axe Warrior. Ja, genau das. Und das hab ich auch irgendwann mal ausprobiert. Und es ist halt auch so, kommt nah ran. Aber ganz so der Wahnsinn ist es dann doch wieder nicht wirklich mit Link to the Past. Ich kann es schlecht sagen, weil Link to the Past ist ja ein Spiel, welches ich nie wirklich weit gespielt hab. Es ist so ein Dauerbegleiter inzwischen, seitdem es bei Switch Online auch verfügbar ist. Weil seitdem geh ich da zumindest so hin und wieder dran. Ich hab keine wirkliche Nostalgie dafür und tu mich auch schwer, mich so richtig für zu begeistern. Ähm, es gibt andere Top-Down-Zeldas, die mag ich mehr. Ich mag meine Minish Cap mehr, ich mag Link's Awakening mehr. Ich mag auch A Link Between Worlds mehr. Nein, die sind ja auch alle cool. Mir fehlt halt wirklich so dieses Kinderzimmer-Erlebnis, glaub ich. Um das richtig wertschätzen zu können, wie es halt von anderen immer gemacht wird. Oder ich erkenne halt die Qualität nicht so, wie es angemessen wäre. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht, was ich höher werten würde. Minish Cap oder Link to the Past. Link to the Past ist noch so ein bisschen oldschooliger irgendwie. Da muss man noch ein bisschen mehr so selber rausfinden, wo es weitergeht. Bei Minish Cap ist das schon sehr modern, dass man immer eigentlich geführt wird, wo es weitergeht. Dass man eigentlich immer weiß, wo es lang geht. Na gut, ich hab auch noch was gespielt. Und zwar habe ich mir auf dein Anraten, Oliver, jetzt Shadow Complex gekauft. Weil du hattest ja erwähnt, dass das auch so einer der cinematischen Plattformer sozusagen ist. Und das war ja gar nicht auf meinem Schirm. Und Mann, ist das gut. Ich hab mir das gestern auf der Xbox 360 halt gekauft, im Online-Store. Der übrigens ja immer noch aktiv ist. Also man kann da ganz normal mit einer alten 360 halt reingehen und sich was kaufen mit PayPal. Und war auch teuer. Funktioniert in Europa, nur nicht so. Ach echt? Geht das nur in den USA? Ah, das ist ja schade. Also ich weiß nicht, ob es in Großbritannien noch geht. Aber ich hab es letztens versucht. Und ich war auch, glaube ich, nicht der Einzige. Da funktioniert der Store nicht richtig. Ich glaube, Michi war es. Der hat das auch versucht. Und das hat bei ihm auch nicht funktioniert. Du kannst zwar rein in den Store. Du kannst dir auch was aussuchen. Aber die Kaufabwicklung. Ja, also für die Kaufabwicklung habe ich auch sowas gemacht. Und mich bei Microsoft im Web in meinem PC eingeloggt. Und das dann halt PayPal-Kram eingegeben. Und dann auf der Konsole konnte ich aber dann mit PayPal direkt bezahlen. Also das ging irgendwie hier in den USA. Und ich habe auch einfach gesucht. Also mit der Xbox 360 nach Shadow Complex. Und dann kam es halt auch. Also unter Games. Unter Store. Und ja, hat dann halt 15 Dollar gekostet. Irgendwie 14,99. 800 Megabyte Download auf der alten 360 hier. Hat eine Zeit lang gedauert. Und, aber Herrgott ist das ein gutes Spiel. Also es ist ja total so wie Flashback. Äh, mit ganz. Also man ist halt auch so von der Seite. Squallt ist. Man ist so eine, äh, eine Person, die halt in einer unterirdischen Höhle so einen, bei einer Erkundung dieser Höhle mit der Freundin findet man da halt so eine Militärbasis. Sozusagen kann man sagen. So eine geheime Militärbasis. Und dann erforscht man die halt, um die Freundin zu retten. Weil die wurde von diesen Wachen da dann halt gleich abgeschleppt. Und dann latscht man da halt durch. Und steuert sich halt total wie bei Flashback so mit dem Hangeln und Klettern. Wunderschöne Schussmechanik auch. Man kann in alle Richtungen zielen mit der eigenen Knarre. Das Spiel benutzt, äh, Unreal 3D Engine ist aber von der Seite. Aber benutzt auch diese 3D-Fähigkeit sehr gut. Weil es zoomt ständig ran. Wenn du in so einen Lüftungsschacht kletterst, dann wird es mit einmal ganz groß gesoomt. Und wenn du dann in so einem Raum bist mit vielen Gegnern, dann wird wieder rausgesoomt, dass du halt mehr siehst. Und so Sound ist auch, der Sound ist auch Wahnsinn. Die ganzen Schussgeräusche, Musiken und kleinen Soundeffekte, die da so abgespielt werden bei jeder Handlung, die man macht. Ob man da irgendwie klettert, runterfällt oder irgendwie schwimmt oder so. Und außer Puste gerät und so. Also ich bin hin und weg. Aber ich hab's jetzt auch erst so anderthalb Stunden gespielt. Aber für Flashback-Fans und so cinematische Plattformer-Fans ist das Shadow-Komplex auf jeden Fall auch, also bis jetzt find ich's total genial. Bin echt sehr überrascht. Hat auch so ein bisschen so Schleichspielelemente, weil man muss sich manchmal so an die Gegner auch so von hinten ran schleichen und dann so mit Faustkampf, die dann so außer Kraft setzen. Äh, und, äh, es gibt auch eine Remastered-Version. Und das mit diesem 2.5D. Ja, genau. Und das 2.5D, das fand ich eigentlich immer sehr besonders bei Shadow-Komplex. Das ist auch total interessant gelöst, weil wenn so ein Gegner so ein bisschen im Hintergrund steht, dann zieht der da automatisch dann so in den Hintergrund, ne? Dreht sich so um und zieht dann halt in die Kamera rein oder von einem weg und so, obwohl's eigentlich nur ein 2D-Spiel ist. Und es gibt auch eine Remastered-Version bei Steam, aber ich hab mich jetzt entschieden, ich wollte halt das Original auf der 360 spielen. Hat auch viele so Zwischensequenzen und Story, die dann so passiert, genau wie man das eigentlich von so einem cinematischen Plattformer erwartet. Vor allem die Grafik muss damals auch der Hammer gewesen sein, ne? Heutzutage ist sie immer noch schön, aber zu der Zeit damals, als das rauskam, war das wahrscheinlich noch viel beeindruckender. Also es ist so, dass Spiele wie Shadow-Komplex, das sind Titel, die ich wirklich lieber auch auf der Xbox 360 spielen würde. Weil alleine dieses Wissen, auf welcher Hardware das entwickelt wurde, macht es für mich immer eine Spur beeindruckender. Weil ich fand es eigentlich schon in der Folge-Generation, wenn du es dafür nimmst, ne, für Xbox One, PS4-Verhältnisse, da wirkt es weniger an der Stelle. So, weil ich hab, ich krieg das auch bei mir immer so, ich hab immer noch so das Gefühl, in welcher Ära ist das entstanden? Ja, genau. Ich denke auch, es lohnt sich dann schon manchmal, das Original zu spielen. Und übrigens bei Shadow-Komplex, da gibt's auch eine richtig coole Mechanik, und zwar die Taschenlampe. Du hast ja eine Taschenlampe, die du immer anmachen kannst, und das ist jetzt nicht nur, um dunkle Räume zu erleuchten, sondern wenn du Gegenstände mit der Taschenlampe anleuchtest, dann verändern die manchmal die Farbe. Und das zeigt dir an, ob du jetzt diesen, damit interagieren kannst, indem du drauf schießt, oder indem du eine Granate drauf schmeißt, und so weiter. Und das Spiel ist voll von versteckten Räumen und Sachen. Zum Beispiel siehst du dann einen Lüftungsschacht, und wenn du ihn mit der Taschenlampe anleuchtest, dann leuchtet er gelb. Und das bedeutet, du kannst ihn mit der Pistole zerstören. Oder du findest Steine, die leuchten mit der Taschenlampe dann grün, und das bedeutet, du musst die mit Granaten zerstören. Also der normale Schuss ist nicht genug, um mit denen zu interagieren. Ja, auch total kreativ gelöst, irgendwie diese Idee. Und dann hat's auch dadurch so ein paar Metroidvania-artige Elemente, dass man halt oft so Gänge findet, in die man noch nicht rein kann, weil man noch nicht die passende Granate oder Raketenwerfer oder so hat, um das dann zu öffnen. Also es ist eigentlich fast schon so eine Mischung aus cinematischen Plattformen à la Flashback und auch ein bisschen Metroidvania-Elementen. Ja, allerdings empfand ich das eigentlich als relativ linear, deswegen würde ich das immer noch als Cinematic-Plattformer zeichnen. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also hauptsächlich ist es ein cinematischer Plattformer. So ein ganz bisschen hat es auch was von Metroidvania. Ich bin zum Beispiel dann auch in meinem Entdeckungswahn, da wurde mir dann Fahrt angezeigt, du musst jetzt zum Helipad oder so am Anfang. Und dann bin ich aber wieder ganz zurückgegangen, weil ich dachte, oh, ich hab jetzt ja die Knarre. Mit der Knarre kann ich ja da oben einen Lüftungsschacht öffnen, ganz im ersten Raum, als ich hier ganz angefangen habe. Und das ging dann auch tatsächlich. Also das muss man aber nicht machen. Aber man findet dann auch richtig tolle Items, weil wenn du so einen Geheimraum findest, dann ist da manchmal sowas drin, was einfach dauermäßig, also dir so eine Art Health-Container gibt. Also dauerhaft deine maximale Gesundheit erhöht oder dauerhaft deine Schussgeschwindigkeit erhöht und so. Also es sind dann auch richtig coole Belohnungen, die man bekommt, wenn man diese Geheimräume erforscht. Muss man aber nicht. Erinnert mich doch sehr stark an Metroid, ne? Ja, genau, das meine ich auch. Bei Metroid hatte ich auch immer das Gefühl, da wurde zwar auch immer sehr viel versteckt, aber es wurde hauptsächlich versteckt, was man nicht unbedingt braucht. Ist ja auch so, weil du brauchst ja nicht die vollen Raketen-Container, um am Ende den Endboss zu besiegen. Es hilft, einige zu haben, aber man braucht nicht alle. Aber man freut sich dann trotzdem, wenn man einen neuen findet, weil es halt was wirklich Bedeutendes ist, das man entdeckt. Tja, und die 360-Zeit ist ja damals an mir vorbeigegangen. Das hole ich ja alles jetzt erst nach, was es auf der 360 alles so gab. Das ist schon super interessant, gerade die Exklusiv-Titel so. Für mich war die Xbox 360 ja die erste Konsole, wo ich mal aus der Sega- und Nintendo-Blase ausgebrochen war. Und ich hatte mir die damals deswegen gewählt, weil die so irrsinnig viel abgedeckt hatte schon damals. Also von Klassikern bis Moderne. Dieser Gesamtkatalog war außergewöhnlich vielfältig. Und ich glaube, das war auch das allererste Mal, dass ich bei einer Konsole nicht irgendwie so mich mit 20, 30 Spielen da genügt habe, sondern ich hatte auf der Xbox 360 am Ende 130 Spiele. Wow. Also das Ding hat auf mich Eindruck gemacht. Aber das haben im Prinzip auch die PS4 danach hat auf mich ähnlich Eindruck gemacht. Nur halt, ich tue mich schwer mit dem Katalog zum Beispiel bei PS2. Das ist so etwas so, und ich weiß nicht genau, ich würde das ganz gerne mal irgendwann machen, dass ich mich wieder mit der PS2 mal beschäftige. Weil da gibt es nun wirklich extrem viel von Dingen, die ich verpasst habe. Nur ich komme mit dem Controller nicht so richtig klar. Und ich habe so ähnliche Effekte wie damals, wenn man sich heute so ein Nintendo 64 anguckt. Die Grafik ist schon sehr grainy. Also die Auflösung und das ist auch so eine Zeit, wo sie sich oftmals sehr viel von den optischen Möglichkeiten verkauft haben mit niedriger Framerate und so. Ähm, ach, das ist nicht so einfach. Ja. Der Reiz bei mir bei der Xbox 360 ist zum Teil auch das Online-Angebot, also diese Indie-Spiele, die in diesem Xbox Live-Service damals angeboten wurden. Weil da sind wirklich einige Kleinode dabei einfach, wie zum Beispiel Geometry Wars 2. Ich überlege jetzt gerade auch, ob ich mir nicht heute mal dieses Crystal Quest kaufe. Da gab es ja auch so ein Remake von dieses alte Apple-Macintosh-Spiel, was es dann mit einmal auf der Xbox 360 im Xbox Live gab. Also da gibt es einige so Sachen, die sind wirklich der Hammer. Also das hat ja damals Microsoft auch eigentlich am besten gemacht, dieses Online-Angebot mit dem Online-Shop. Das haben ja die anderen Anbieter erst viel später richtig gerafft. Aber Microsoft hat ja damals schon mit dem Xbox Live die Indie-Leute hochgehalten und supportet und so, Indie-Entwickler und so. Ja, nur da kriegst du einen relativ großen Teil nicht mehr von mit. Weil die hatten nämlich noch eine weitere Kategorie bei dem Online-Store. Der hieß tatsächlich Indie-At-Xbox, meine ich. Und dort konnten quasi Leute Spiele entwickeln ohne Microsoft-Lizenzprüfung oder irgendwie so ein Gedöns. Also da war die Veröffentlichung vereinfacht. Und ich habe da auch so ein paar Spiele damals mir gekauft aus der Ecke. Den haben sie aber, als die Xbox One kam, komplett zugemacht. Ah, schade. Da gab es auch richtig viel Schrott da natürlich. Also sehr viel, was so an diese klassischen Steam-Asset-Flips erinnert. Nur da waren schon so ein paar kleine O dabei, wo man gemerkt hat, die Entwickler haben halt nicht viel Geld und haben halt diese Methode. Was ich auch sehr spannend fand, finde ich jetzt bei der Xbox 360 sind diese Remasters, die damals schon gemacht wurden. Und zum Beispiel gibt es ja Halo Anniversary für die Xbox 360. Das ist ja ein Remaster vom alten Halo eigentlich. Und ich glaube, für Fable gab es das auch und so. Und das sind alles so Spiele, die muss ich irgendwann mal spielen. Ich meine, Halo habe ich schon meine Zeit lang gespielt auf der originalen Xbox. Aber Fable zum Beispiel habe ich nie gespielt. Und jetzt frage ich mich halt auch, was soll ich spielen? Soll ich das Fable Anniversary, also das Remake spielen auf der 360 oder das Original auf der Xbox und so? Aber das waren halt so diese Exklusivtitel, die damals Microsoft hatte. Fable, Halo, Cameo und so. Da gab es ja einiges. Das ist alles total interessant. Ja, sag. Also bei Fable kann ich eine Empfehlung geben. Und zwar bei Fable lass Fable 1 in beiden Varianten an der Seite. Weil Fable ist ein Spiel, was sich vom Konzept her nicht so gut gehalten hat. Allgemein sind ja eh die Fable-Spiele so mehr Art-Casual-RPGs, würde ich sie mal bezeichnen. Weil so richtig viel Anspruch ist da nicht hinter. Aber das erste Fable ist halt noch, es zieht sich halt ziemlich in die Länge. Und Fable 2 ist im Prinzip dasselbe in wesentlich besser. Und mein persönlicher Favorit, auch wenn über den Teil sehr häufig die Nase gerümpft wird und ich es wirklich nicht verstehe, ist Fable 3. Ich liebe Fable 3. Weil Fable 3 nämlich so eine außergewöhnliche Mischung hat zwischen einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, die so den Übergang gerade durchmacht ins Industriezeitalter. Eine Fantasy-Welt, die genau in dieses Setting reingebunden wurde, finde ich großartig. Die Idee finde ich großartig. Wird viel zu wenig gemacht, meiner Meinung nach. Und nur Fable ist halt so, wie halt dieses Ganze, was so mit Kämpfen und so angeht, das ist mehr so oben aufgesetzt. Das ist nicht sehr anspruchsvoll. Das ist darum, dass man die Story immer vorantreibt. Und es hat halt viel Krams zwischendrin. Also ich würde mal sagen, sie haben so ein klassisches Zelda-artiges Spiel mit Rollenspielelementen versetzt und das Ganze dann halt so gemacht, dass sich der Animal Crossing-Spieler auch wohl fühlt. Also nicht so wie Zelda. Das ist halt eine recht eigenwillige Mischung. Aber ich... Nein, nein, nein. Wie Zelda ist es... Ich denke bei Fable immer eher so an Zelda. Also, dass das so ist wie Zelda oder nicht. Ja, es erinnert manchmal dran. Aber wenn du diese Kämpfe da spielst und sowas, dann merkst du auch so, dass das passt nicht so ganz. Sie haben da schon irgendwie so eine Mischung gefunden, wodurch sie auch wirklich eine eigene Identität haben. Aber es ist halt... Man weiß nicht so recht, ist es jetzt wie Zelda oder ist es eher wie so ein sehr vereinfachtes Rollenspiel beispielsweise. Ja, okay. Weil du fängst ja auch irgendwann an. Du kannst, wenn du Bendy danach isst, kannst du ja auch Beziehungen aufbauen. Euch hat der heutige Stammtisch gefallen? Dann hören wir uns doch sicher auch nächste Woche wieder. Ihr habt nur eine Stunde hören können? Dann unterstützt uns bei Patreon unter www.patreon.com slash retrokompott oder steady und ihr erhaltet Zugriff auf die kompletten Folgen. Ihr kommt jetzt die gesamte Folge hören, dann seid ihr bereits Unterstützer und hilft Projekte wie dieses langfristig zu sichern. Falls ihr selbst mal am Stammtisch teilnehmen wollt, ist dies ganz einfach. Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.retrokompott.de Bereiten kann man uns unter mail.redrokompott.de Bis nächste Woche!